Aquinet bietet Geschäftsprozessoptimierung durch integrierte IT-Lösungen. Aber was steckt eigentlich konkret dahinter? Das Nest für den Wanderfalken. Ein Wanderfalke kann im Sturzflug eine Geschwindigkeit von bis zu 400 kmh erreichen. Daher ist die arabische Übersetzung Shahin ein passender Name für einen der schnellsten Rechner der Welt. Für den Supercomputer Shahin 2, der King Abdullah University for Science and Technology in Saudi-Arabien, hatten wir den Auftrag, eine neue Rechenzentrum-Infrastruktur zu schaffen. Im laufenden Betrieb wurde das Konzept erfolgreich umgesetzt und Shahin 2 erreichte kurz darauf in der Rangliste der schnellsten Supercomputer der Welt Platz 7. Hinter alledem steckt Aquinet – Geschäftsprozessoptimierung durch integrierte IT-Lösungen.